Ich bin Lukas Brögl, Teil der deutschen Schilanglauf-Nationalmannschaft. Wenn man mich fragt, für was ich stehe, dann sage ich für Jugendlichen Leichtsinn, weil ich mich selbst nicht so ernst nehme, das Leben genieße, das Leben nicht so ernst nehme, einfach das mache, was mir Spaß macht, zum Beispiel Langlaufen und Sport. Oberstdorf ist für mich die einzige Heimweh in meiner Karriere, wahrscheinlich. Die schönste Langlauferinnen an Oberstdorf, Jugendalpencup, mein erstes internationales Rennen hier am Podest und meine ersten Wettkup-Punkte habe ich auch hier geholt. Ich glaube, das wird eine richtig schöne WM, es werden einfach zwei Wochen, richtig tolle Wettkämpfe, gute Stimmung, tolle Atmosphäre, einfach ein tolles Szenario auch. Ich denke, alle werden ihren Spaß haben. Mein Fahrplan zur WM, ja all in natürlich. Wir haben schon viel geplant, haben die letzten Jahre viel ausprobiert und das werden wir dieses Jahr alles perfekt machen, sodass wir dann nächstes Jahr richtig, richtig fit sind.